Die Karte habe ich bezahlt, da brauche ich nix mehr dazu zu sagen, nach Gießen koste es mehr plus 2,60 Euro als Aufschlag, weil ich eh meine 1,500 Euro Jahreskarte brauche. Aber die nütze ja auch aus, da sage ich nix mehr. 1,500 Euro? Ist das Preisstufe 6 dann? Preisstufe 5. Ich habe auch Preisstufe 5 gehabt, aber jetzt nicht mehr. 1,28,80 Euro kostet es pro Jahr. Da war das nur monatlich abgebucht worden bei mir. Ja, ich so zahle 10, Frage 12. Ah, jetzt tut sich aus. Ah, da steht ja schon lauer. Ja, ich sehe, ich sehe, aber es ist nicht mehr so gut. Ah, das habe ich nicht mehr. Na ja, ich sehe. Ja, ich sehe, ich sehe. Oh, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe! Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Das ist so schön, dass ich da kippe damit schlipp. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.